Das ist jetzt eine richtige Insel, die dann im Raum steht, oder? Ja, richtig. Die steht im Normalfall mitten im Raum, wenn die Räumlichkeit gegeben ist, dass man eine Insel stellen kann. Man kann aber natürlich auch wesentlich kleinere Lösungen machen, andere Grundrisse. Es ist nicht immer die Möglichkeit für Insel gegeben.